Es war in der dritten Woche nach ihrer Bekanntschaft ein Freitagabend und der junge Graf hatte noch keine zehn Minuten das Haus verlassen, als es oben an der Flurtür klopfte. Das war das Zeichen für die Polzin, die denn auch sofort erschien und sich mit der Pittelkur begrüßte. War Besuch hier, liebe Polzin, ich meine, bei Stine. Kann ich wirklich nicht sagen, liebe Frau Pittelkur, Sie wissen, wir sehen und hören nichts. Es schien, dass sich die Polzin überdies ihr Lieblingsthema noch weiter verbreiten wollte. Stine jedoch, die das draußen auf dem Flur geführte Gespräch gehört und die Stimme der Schwester erkannt hatte, ließ es nicht dazu kommen. Ei, das ist hübsch, Pauline, dass du da bist. Und hiermit wandte sie sich wieder in ihr Zimmer zurück, um vorsichtig umhersuchend von einem schon im vollen Abendschatten stehenden Eckschrank die Lampe herunterzunehmen. Lass man, Stinichen, sagte die Schwester, es ist so hübsch schmustrig hier und das Schmustrige habe ich nun mal am liebsten und ist immer wie ein altes schwarzes Krebschientuch, wo man sich gleich einmummeln und anlehnen kann und braucht nicht steif und gerade zu sitzen. Ne, lass man, Stine, wir haben Licht genug von unten her. Sieht doch bloß, da guckt er der Mond gerade über Siebolten seinen Schornstein weg. Unter solchem Geplauder hatte die Pittelkuh auf dem Sofa Platz genommen und sagte, während sie sich behaglich in die Kissen drückte, »Ja, was ich sagen wollte, Stine, das Grafchen war eben wieder hier?« »Ja, Pauline.« »Jot, Kind, wie dir die Backen brennen.« »Ja, sie brennen mir.« »Aber ich weiß eigentlich nicht, warum. Es ist was zum Ärgern. Ich bin rot geworden und brauchte doch nicht.« »Ach, mein Stenigen, werde du, man rot. Es ist immer besser mal zu viel als mal zu wenig. Aber was ich sagen wollte, das Grafchen, es gefällt mir nicht, dass er hier immer bei Dares Schluss die Treppe raufsteigt, gerade als müsste er die Beetglocke leuchten.« »Er ist der beste Mensch von der Welt, Pauline.« »Nie hätte ich geglaubt, dass es einen so guten Menschen gäbe.« Den ersten Tag hatte ich eine Aussprache mit ihm und redete von Anständigkeit und auf sich halten und dass ich ein ordentliches Mädchen sei. Aber ich schäme mich jetzt fast, dass ich so was gesagt habe. Denn immer ängstlich sein ist auch nicht gut. Und zeigt bloß, dass man sich nicht recht traut und dass man schwächer ist, als man sein sollte. Die Pittelkuh lächelte vor sich hin und schien antworten zu wollen, aber Stine fuhr fort. »Ja, Pauline, der beste Mensch, ohne Falsch und ohne Hochmut, aber auch ohne Glück. Wenn er mir so gegenüber sitzt, ist es mir oft, als ob wir die Rollen vertauscht hätten und als ob ich eine Prinzessin wäre und könnte ihn glücklich machen. Er sieht mich dann immer an und hört auf jedes Wort, das ich spreche. Nicht bloß zum Schein und aus Haberei, nein, solch dummes Ding bin ich nicht mehr, mir so was einzubilden, wenn es nicht wahr wäre. Nichts von bloß so tun. Ich sehe es ihm an, dass er wirklich dabei ist und dass ihn alles freut, was ich da so hinplaudere. Freilich, du wirst mich für eitel halten und es nicht glauben wollen. Oh, warum nicht, Stine? Warum soll ich es nicht glauben? Ich glaube es alles. Aber alles hat auch seinen Grund und sogar seinen guten Grund. Und ich kenne ihn auch. Und ich denke mir, ich kenne ihn auch und weiß, woran es liegt. Sie, es liegt daran, er hat so wenig Menschen gesehen und noch weniger kennengelernt. In seiner Elternhause gab es nicht viel davon. Sie sind alle stolz und hart und seine Mutter ist seine Stiefmutter. Und dann hat er Kameraden und Vorgesetzte gehabt und hat gehört, wie seine Kameraden und seine Vorgesetzten sprechen. Aber wie Menschen sprechen, das hat er nicht gehört. Das weiß er nicht recht. Ich denke mir das nicht aus, ich habe es von ihm, es sind seine eigenen Worte. Ja, Pauline, daran liegt es. Das ist der Grund, dass ich armes Ding ihm gefalle. Nichts weiter. Er ist unglücklich in seinem Haus und seiner Familie. Vor allem aber denke nur nicht, er sei mein Anbeter oder Liebhaber oder wie du es sonst noch nennen willst. Ich sehe wohl, dass er mich lieb hat. Aber das ist doch was anderes. Und das kann ich dir sagen. Noch ist kein Wort über seine Lippen gekommen, dessen ich mich vor Gott und Menschen oder vor mir selber zu schämen hätte. Glaub es, sagte die Pittelko, glaub es alles. Aber meine liebe Stine, das ist es ja eben. Ich habe es mir so gedacht, gerade so, gleich als ich ihn das erste Mal sah, als die beiden Alten mit da waren und wann da Hollofernessen köppte. Da wusste ich es. Sie, Kind, es sind mir so viele Mannsleute zu Gesichte gekommen und wenn ich welche sehe, na, so kenne ich sie gleich durch und durch und kann sie aussuchen wie Handschuhe nach der Nummer und weiß gleich, was los ist. Und mit dem jungen Grafen ist nicht viel los. Er ist man schwächlich und die Schwächlichen sind immer so und richten mehr Schaden an als die Dollen. Stine sah die Schwester an. Ja, du siehst mich an, Kind, aber es ist wahr und wahrhaftig so. Du denkst wunder, wie du mich beruhigst, wenn du sagst, es ist keine Liebschaft. Ach, meine liebe Stine, damit beruhigst du mich gar nicht. Konträr im Gegenteil. Liebschaft, Liebschaft, J, Liebschaft ist lange nicht das Schlimmste. Heute ist sie noch und morgen ist sie nicht mehr und er geht dahin und sie geht dahin und den dritten Tag singen sie wieder alle beide Geh du nur hin, ich hab mein Teil. Ach, Stine, Liebschaft, glaube mir, daran stirbt keiner und auch nicht mal, wenn es schlimm geht. Was ist denn groß? Na, dann läuft eine Olga mehr in der Welt rum. Und in 14 Tagen kräht nicht Huhn und nicht Ahn mehr danach. Nee, nee, nee. Stine, Liebschaft ist nicht viel. Liebschaft ist eigentlich gar nichts. Aber wenn es hier sitzt und sie wies aufs Herz, dann wird's was. Dann wird's eklig. Stine lächelte. Ja, du lachst und ich weiß auch warum. Du lachst, weil du denkst, Pauline weiß nichts davon und kann auch nichts davon wissen, denn es hat ihr nie hier gesessen. Und das hat auch seine Richtigkeit damit. Ich bin noch so drum rum gekommen, aber meine liebe Stine, man erlebt nicht bloß an sich selbst, man erlebt auch an anderen. Und ich sage dir, von sowas, wie du mit dem Grafen vorhast oder der Graf mit dir, von sowas ist noch nie was Gutes gekommen. Es hat nun mal jeder seinen Platz. Und daran kannst du nichts ändern und daran kann auch das Grafchen nichts ändern. Ich puste was auf die Grafen. Alter oder jung, das weißt du. Hast du es ja oft genug gesehen. Aber ich kann so lange pusten, wie ich will. Ich puste sie doch nicht weg. Und den Unterschied auch nicht. Sie sind nun mal da und sind, wie sie sind. Und sind anders aufgepäppelt, wie wir. Und können aus ihrer Haut nicht raus. Und wenn einer mal raus will, so leiden es die anderen nicht und ruhen nicht, eher als bis er wieder drinsteckt. Und dann kannst du hier so lange in die Sonne gucken, bis sie morgens bei Polzins oder bei der Frau Privatsekretär wieder rauskommt. Er kommt doch nicht. Er sitzt erster Klasse mit Plüsch und hat noch ein Luftkissen bei sich und sie hat einen blauen Schleieranhut und so geht's Heidi nach Italien. Und das ist denn, was sie Hochzeitsreise nennen. Ach, Pauline, so kommt es nicht. Ja, so kommt es, mein armes Szeniken. Und wenn es nicht so kommt, na, dann kommt's noch schlimmer. Denn es ist ein Eigensinn und will partout mit dem Kopf durch die Wand. Und hast du denn den Kladderadatsch erst recht, ne, glaub mir, Kind, von ne unglückliche Liebe kann sich einer noch wieder erholen und ganz gut rausmausern. Aber von's unglückliche Leben, nicht. Vielen Dank.